Liebe Zuschauer, es lässt sich nun mittlerweile wirklich nicht mehr leugnen. Man sieht es in den Innenstädten, man sieht es in den Fenstern der Privatwohnungen. Wir gehen aufs Heilige Fest zu. Es sind zugegebenermaßen noch ein paar Tage, noch einige Wochen, bis wir endlich Weihnachten feiern. Aber es ist nicht mehr allzu lange hin und Weihnachten ist ja nicht nur das Fest der Besinnlichkeit. Weihnachten ist für viele auch das Fest der Lichter. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das einfach eine sehr, sehr schöne, stimmungsvolle Angelegenheit. Und wenn Sie da vielleicht einfach nochmal für Ihren Weihnachtsbaum oder für die Dekoration auch im Wohnraum eine schöne, neue, vernünftige Lichterkette suchen, haben wir jetzt heute genau den richtigen Gratisartikel für Sie. Und Sie hören richtig, ab einem Bestellwert von 20 Euro können Sie sich unsere 20er Lichterkette gerne für 0 Euro zu Ihrer nächsten Bestellung mit dazu bestellen. Und das, was wir Ihnen dann liefern, ist wirklich eine fantastische Qualität und sieht auch richtig klasse aus. Schauen Sie sich alleine mal unseren wunderschön dekorierten Weihnachtsbaum an. 20 cremefarbene LED-Lichterkerzen haben Sie hier zur Verfügung. Und die sehen also wirklich auch echten Kerzen zum Verwechseln ähnlich. Sind sehr schön detailreich gestaltet worden. Das heißt also auch diese kleinen Wachsnasen, die normalerweise bei echten Kerzen dann immer so seitlich runterlaufen, sind deutlich erkennbar. Auch oben dort, wo normalerweise eine echte Flamme zu sehen ist, haben wir sehr, sehr schön verspielt, diese Glasoberfläche hier im Bild deutlich zu sehen. Also wirklich schon eine sehr, sehr interessante und sehr stimmungsvolle Angelegenheit. Übrigens haben die 20 warmweißen, cremefarbenen LED-Kerzen einen Abstand von 20 Zentimetern zueinander. Das heißt, bei einem kleinen und mittelgroßen Baum hat man, wie hier ziemlich deutlich zu sehen, wirklich tolle Möglichkeiten zu dekorieren. Übrigens kennen Sie natürlich vielleicht auch von anderen Situationen aus die LED-Beleuchtung. Da wissen Sie natürlich, dass man mit LED-Lichtern auch ganz ordentlich an Strom sparen kann. Alleine hier haben wir alleine schon eine Energieersparnis von ungefähr 80 Prozent gegenüber den üblichen Glühlämpchen, die Sie wahrscheinlich in den letzten Jahren zu Hause am Baum dekoriert haben. Also auch dahingehend haben wir ein richtig interessantes Angebot für Sie. Übrigens ist die Kette auch lang genug, um bis zur nächsten Steckdose zu kommen. 6,70 Meter ist die Kette in der Summe lang und die ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Natürlich eine Kette für den Innenbereich und die gibt es gratis für Sie, liebe Zuschauer. Das möchte ich nochmal betonen. Ab einem Bestellwert von 20 Euro können Sie gerne zu Ihrer Bestellung ganz einfach die Bestellnummer GRA16973 und die 569 angeben und dann liefern wir Ihnen diese Kette für 0 Euro gratis einfach mit dazu. Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle natürlich schon eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, eine wunderschöne Adventszeit. Und wir hatten gerade schon angedeutet, dass man die Lichterkette natürlich nicht nur am Baum dekorieren kann, auch am Fenster oder an anderen Stellen ist diese Kette wirklich ein absoluter Hochgenuss. Ein wunderschöner Artikel und wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit.